Es wurde die Frage gestellt, wie man einen HIA-Träger entlang der Achse drehen könnte. Ich habe einen eingesetzt, also HIA-Träger 22, Storgen hat das T. Es gibt ja hier die Möglichkeit, das durchzuschalten. Ich gehe jetzt mal weiter, Maße, Platzierung, Rotationsachse, entlang des Querschnittes, nein, entlang der Achse, 30 Grad. Okay, somit geschehen. Schöne Tage.